Christian. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Christian Roßhoff im Nachverband der kritischen Aktionäre aus Köln. Es ist dieses Jahr 50 Jahre her, dass VW do Bordeseo mit der brasilianischen Militärdiktatur kollaboriert hat, die eigenen Mitarbeiter ausspioniert hat, diese Informationen an die Geheimdienste weitergereicht hat. Die Mitarbeiter wurden dann gehaftet, gefoltert im Folterzentrum Dobbs und Doikodi. Bis heute hat VW sich dafür nicht entschuldigt. Es steht diese Entschuldigung immer noch aus. Und wir fragen uns, wenn die Geschichte beim ersten Mal eine Tragödie ist und sie sich wiederholt, dann wird sie zu Farce. Heute ist es so, dass führende Manager von VW do Brasilien sich positiv über die Bolsonaro-Regierung in Brasilien aussprechen. Das ist eine faschistische Regierung, denn leider Gottes müssen wir eingestehen, auch Faschisten werden manchmal gewählt. Und wir wenden uns mit aller Schärfe gegen diese Unterstützung der Bolsonaro-Regierung. Wir finden es inakzeptabel, dass eine Regierung, die sich hinstellt und sagt, die Arbeiter müssen sich entscheiden, entweder Jobs oder Rechte, das ist für uns keine Alternative. Und wir finden es wirklich absurd, dass VW sich hinstellt und diese aktuelle Politik in Brasilien unterstützt. Vielen Dank. Leute, wir bedanken uns zuerst mal bei den Kollegen und Kollegen, bei den Freundinnen und Freunden, die hier auf dem Boden gelegen haben, die beim Dein mitgemacht haben und gezeigt haben, dass VW tötet. Vielen, vielen Dank da drüben. Und wir müssen auch mal weiter. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen Dank.